Ich glaube wir versuchen noch einfacher zu werden, das heisst noch mehr fokussieren auf die essentiellen Geschmäcker auf dem Teller. Produkte können noch in einer höheren Qualität einzukaufen, noch lokaler einzukaufen. Das ist eigentlich dort, wo es hingehen soll. Aber es soll immer eine lockere und nicht eine steife Küche bleiben.